Ich hoffe, ich finde die richtige Gruft. Mal sehen, war das die? Benutze... Nein, nicht kleiner Schüssel. Wo ist er? Benutze Gruftschlüssel in... Ah, benutze Gruftschlüssel in Gruft? Okay. Uh. Sarg? Mal sehen, was haben wir hier? Old Bill the Acrobat. He lies in here dead. He died like we buried him. Procked up on his head. Hm. Was ist das? It's inscribed with a quote. Happiness is a warm manatee. Okay. Kiss me, I've got scurvy. Okay. Darn! Ah, das sind die aus dem Buch. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Mouthwash? We don't need no stinkin' Mouthwash. Hehehehe. Ähm, wo haben wir das Buch mit den Piratenzitaten? Da! Aussprüche bekannter Piraten. Famous Piratequotations. Happiness is a warm manatee. Barney Gout. Ja. Kiss me, I've got scurvy. Commander Buttonhead. Darn! Vester Leech. Ja. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Wrap Skallion. Ah! Mouthwash? We don't need no stinkin' Mouthwash. Old Skunkai. Okay. War das der? Violets are blue, roses are red. Den müssen wir öffnen. Prepare to eat lead. Äh. Können wir den öffnen? Einfach so? Ja. Können wir. Okay. Ooh. Looks like human ashes. Nehmen wir was davon. Silty. Denn, wie wir uns zurückerinnern, falls irgendjemand den letzten Stream gesehen hat, äh, ich muss in die Richtung zeigen. Den letzten Stream, der irgendwo hier davor im Archiv ist. Wir waren bei der Voodoo Lady. Und die Voodoo Lady hat gesagt, oh, ich hab da so ein Pulver. Damit kann man Menschen wiederbeleben. Das Problem ist nur, äh, du brauchst etwas von diesen Menschen... Hängen da Füße? Ähm. Schau an Füße. Auf jeden Fall brauchen wir... Moment, ist da ein Skelett? Ah, können wir nicht angucken. Gut. Auf jeden Fall brauchen wir etwas von demjenigen, den wir wiederbeleben wollen. Und wer weiß am besten, wo sein Kartenstück ist, als der Typ, der in der Würstchenbude... Also, Rapscallion hatte ja hier am Strand eine Würstchenbude. Das heißt, einmal zurück in den Sumpf. Und dort kurz mal eben geguckt nach den, ähm, Dings hier. Ja, benutze. Warum ist eigentlich Schau der Standardverb bei dem Sarg? Also, es ist nicht so, dass ich den nach dem ersten Mal angucken noch jemals gerne angeguckt hätte. Sondern, wenn, dann rudere ich damit durch die Gegend, durch den Sumpf. Und einmal hier zur, ähm, Voodoo Lady. Die braucht nämlich von uns noch ein wenig, ähm, ja, Zubehör. So, weil, hier, pass auf, pass auf, pass auf, äh, Asche zu leben. Asche zu Leben. The uncreemating cream. The brauchen wir. Nicht Katzenentwurmer. No thanks, I don't need it. After all, it's only a display model. Ah, okay, gut, dann reden wir mal mit ihr. Bark again, Mr. Threeboy. Yes. Ich hab was, was für Asche für den Zaubertrank? Wegen dieser Voodoo-Puppe. About that Voodoo-Doll? Yes. It worked pretty well, didn't it? Yes. I still have the touch. Oh, yeah. Ähm, hier. Hey, I've got some Asche for that potion. Bring them to me. Bitte. Now, there's only one small problem. Ja. I forgot the recipe. What? It's been a long time. I don't have that cookbook anymore. Ach. What a drag. Na super. Das heißt, äh, können wir sie nochmal fragen? Bark again, Mr. Threeboy. Ja. Ich könnte wirklich diese Creme gebrauchen. I really could use that revitalizing cream. I told you, I don't have that cookbook anymore. Ja. Na gut. Well, that's enough Voodoo for me. Bye. So be it. Gut. Dann würde ich sagen, dürfen wir nochmal den Sarg benutzen. Äh, sie hat das Kochbuch nicht mehr. Das heißt, ab in die Bibliothek. Und wir leihen uns ein Voodoo-Kochbuch. Ich hoffe, dass es unter V wie Voodoo ist. Oder unter C wie Cookbook? Cook? 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 Nein, nicht. Nicht das. Cook. Nicht das mit dem kurzen O. Das ist was anderes. Das hat hier nichts zu suchen. So. Ähm. Dann nochmal auf Dreads Schiff. Ja. Und dann rüber zu der Insel. Ja. Ich möchte nach, ähm, Fett Island. So. Einmal in die Bücherei. Wer hätte es gedacht? So. Benutze. Ähm. Ähm. V. Wie Voodoo. Mal sehen. Äh. Vegetables. Gemüse. Gemüse. Das sind, dass sie ihre Kinder mögen. Vicarious Living. Weißes. 101 Laster. Vicious Pendantry. Bösartiger Tyrannsier. Dewey. Dezimalsystem. Oh, das ist fies. Äh. Geigen. 30 nicht musikalische Einsätze für die Geige. Viruses. Viren. Gefahren beim Lesen eines Büchereibuchs. Vision. Sehvermögen. Augenklappen. Äh. Vulcanos. Vulkane. Wärme das ganze Jahr hindurch. Handbuch für Grundstücksmakler. Voodoo. See Recipes. Voodoo Rezepte. Voodoo. Okay. Vulgarity. Eklige Themen für die Partykonversation. Waiting. Warten. Ist das Gras schon gewachsen? Dinge, die man tun kann, während man Schlange steht. Ähm. Ja, das sollte ich mir merken. Wallpaper. Tapete. Überall, nur nicht in meinem Zimmer. Entwürfe mit niedlichen Cartoon-Figuren. Was haben wir noch? Warthawks. Wartenschweine. Das verkannte Haustier. Waltzes. Walzer. Der Tanz auf drei Beinen. Wallpaper. Hatten wir doch eben schon. Wallpaper. Was? Der Einfluss der Farbe Gelb auf kleine Kinder. Psychologische Studie. Wealth. Reichtum. Überfluss als Kunstform der Gesellschaft. Wild Animals. Mr. Tiger sagt Hallo. Ausklappbuch. Wine. Am Korken riechen. Ein Ratgeber für Weinsnobs. Wood Working. Holzbeamtung. Allein auf weiter Planke. Probier eine andere Schublade. Ähm. War das unter C wie Cooking? Kannibalism. Wie sie ihren Liebsten dienen. Von Lemonhead. Kannibalism. Siehe auch Self-Help. Selbsthilfe. Katalogs. Siehe Subheadings. Teilbereiche. Cheese. Käse. Die großen Käse dieser Welt. Children's Books. Kinderbücher. Äh. Children's Books. Die schönsten Geschichten für Piratenkinder. Circuses. Alfredo und Bills verrückte Reise durch die Zeit. Circuses. Verdammt. Sei das menschliche Torpedo. Die ursprüngliche des Kanonenkugeltricks. Classics. Bedeutende Auswürfe von Captain Luggy. Collectibles. Weit und breit nur Müll. Das Sammeln Erinnerungsstücke. Cooking. Tolle Kochrezepte von Piraten. Cooking. Klebriges für den Heimgebrauch. Crafts. Äh. Crossreferenz. Kryptografie. Theory Dezimalsystem. Disaster. Schiffswracks. Berühmte Untergänge aus der Limelife. Hm. Das sollte ich mir merken. Ja. Was haben wir hier noch? Disease. Faszinierende Fakten über Skorboot. Krankheiten auf hoher See. Hundewörterbuch. So bellt man richtig. Moment. Dog English Dictionary. Hm. Ich muss das erinnern. Okay. Das brauchen wir für den Hund. Klebriges für den Heimgebrauch? Viscous Fluids. Oh. Ich muss das erinnern. Ja. Ich habe es mit diesem Karte Katalog. Ähm. Moment. Halt. Wie war das mit dem Voodoo nochmal? Waiting. Wallpaper. Viruses. Vision. Volcanoes. Voodoo. Siehe. Recipes. Ah. Ich denke, ich werde einen anderen Drawer probieren. Wie viel kann ich mir eigentlich merken? Psychologie, Philosophie, Pillaging, Plündern, alles was man plündern kann, Pillaging, Piracy, Lehrbuch mit der Piraterie, Poetry, What Quotations, Ranching, Siehe Leis, Läuse, Recursion, Siehe Recursion. Ah. Recursion. Ja. Recipes. Voodoo. Das sollte ich mir merken. The Joy of Hex. Hm. I'll have to remember that. I've had it with this card catalog. So. Ich darf ja vier Bücher ausleihen. Das heißt, ich möchte das eine Buch zurückgeben. Äh, ich suche ein Buch. What book are you looking for? Ja? Rate mal. Das Voodoo-Kochbuch. Oh, klebriges. Do you have viscous fluids you can make it home? Okay. Here you go. Anything else? Das ist fürs Spucken gut. Das Voodoo-Kochbuch. Could you find the Joy of Hex? Böp. Okay. Here you go. Anything else? Ähm, natürlich. Das Hundewörterbuch. Do you have Dog English Dictionary? Okay. Here you go. That's your limit. Was? You'll have to give some books back before you can check out any more. Na toll. Das heißt, wir geben ihr einmal das Buch zurück. Äh, gib. Bekannter Piraten an Bibliothekare. Thank you. Pardon me, Miss. What do you want this time? Naja. I'm looking for a book. What book are you looking for? Ähm, Schiffswracks. Do you have great shipwrecks of our century? Okay. Here you go. That's your limit. You'll have to give some books back before you can check out any more. Ja. Aber, wir gucken uns erstmal die Bücher an. Viscous fluids you can make at home. This is a pretty useless book. I'm not even sure why I checked it out. Toll. Brauen wir nicht. Thank you. Was ist das? The Joy of Hex. I think it's meant for advanced Voodoo-Practitioners. The writing is way too technical for me. Okay. Was ist das? Dog English Dictionary. Hmm. It says here that ARF has 27 meanings in Dog. Hehehe. Das brauchen wir also. Und? Great shipwrecks of our century. It says here the Mad Monkey sank at 39 North, 91 West. Ja, das ist nämlich das Schiff, wo angeblich die, äh, ein weiteres Kartenstück drauf sein soll. Auf der Mad Monkey. Ähm. Aber wir brauchen für den Spuckwettbewerb doch noch irgendwie Hinweise. Also, Viscous Fluids war vielleicht, naja, ich weiß nicht, ähm, vielleicht ein Barkeeping-Buch? Adults Only, äh, Animatronics, Animatronics, Annotation, Archäologie, Art, Kunst, Philosophie, Beverages. Getränke für jedermann, das könnte es sein. Big Whoop? Hier, Beverages. Beverages für everyone. Hmm. Ich muss das erinnern. Ja. So. Dann gehen wir mal rüber zu ihr und leihen uns das Buch aus. Entschuldigung, Frau. Und wenn das Müll ist, dann geben wir es wieder zurück. Was willst du diese Zeit? Buch. Was hast du für ein Buch? Na ja, äh, Getränke für jedermann. Hast du Beverages für everyone? Oder sonst vielleicht ein Grog-Buch? Huch, wo ist sie denn hin? Okay. Here you go. That's your limit. Ja, weiß ich. You'll have to give some books back before you can check out anymore. Weiß ich. Aber ich guck mal ins Buch rein. Beverages for everyone. You know, I don't believe there's a man, woman or child alive who doesn't occasionally enjoy a lovely beverage. Okay. Ah, gut. Na ja, wir können das Voodoo-Buch einmal der Voodoo-Frau geben. So. Dafür müssen wir natürlich wieder mal durch die Gegend reisen. Ja. Zurück nach Scab Island. Einmal hier wieder raus. Einmal zum Sumpf. Zack. Da bin ich auch wieder eingeblendet. So. Benutzi Sarg. Dann kriegen wir von ihr endlich das Wiederbelebungszeug. Weg. So. Irgendwie habe ich... Irgendwann habe ich an der Nase. Das juckt. Kitzelt. So. Äh. Weiter geht's. Aber. Ich würde sagen. Wir machen hier jetzt noch kurz weiter. Aber der Stream ist dann auch höchstwahrscheinlich gleich zu Ende. Also jetzt nicht weinen. Denn wir streamen morgen nochmal. Also für alle, die das bei YouTube sehen. Ähm. Hier. Denkt daran. So. Ich habe ein Buch mit Rezepten. Ich habe ein Buch von Voodoo-Rezepten für euch. Gut. Wie viele Krab-Skalben sagt es, um es zu benutzen? Ähm. Gut. Das ist nur was ich dachte, als ich diesen experimentellem Batch aufgeliebte. Natürlich. Danke. Erinnere mich. Nur ein Dabberduja. Okay. Das heißt. Asch to life. The uncremating cream. Jetzt in eine konvenienten Puder. Die Creme jetzt als Puder. Juhu. Damit können wir den Typen im Nesarg wiederbeleben. Und reden mal ein Wörtchen mit ihm. In der Hoffnung. Dass er uns mehr Informationen über die Karte gibt. Wo er das Kartenstück gelassen hat. So. Rudere zur Küste. So. Komm. Geh einmal zum Weg, Guybrush. Dann einmal zum Str... Nein. Halt, 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 halt. Friedhof. Friedhof. Am Strand ist zwar seine Würstchenbude, die abgebrannt ist. Aber wir müssen erstmal... Moment. In die... Wo kommen die Fledermäuse her? Erstmal in die Gruft. Wir müssen auch in die Gruft sein. Ja! Dann geht's jarrek.